so jetzt ab ins wasser tatsächlich aber irgendwie keine ahnung richtig ins wasser kommt man nicht noch mal wieder mehr schnur zu lassen ja ich probiere gerade nach hinten aber irgendwie plus minus ist auch keine schnur lassen ja wir können die erste sagen vielleicht der link oder rechte maus das ist ein anziehen alles weg warte mal rechts krieg ist weg kann sich im wasser hinterher ziehen lassen also okay also mit enter haken kommst du an bord ich war den enter haken verloren irgendwie muss das noch besser gehen ist ja krass alter bei der welt gibt es was für sprung der war ja ein strand ups wo halten da getroffen hier ist der bahn der andere bleibt bestimmt nach hinten auch zu sein naja surfen geht nicht mit den enter haken aber man kann sich hinterher ziehen lassen um mal die unterwasserwelt zu sehen wenn ein wahl kommt dann kommt man schneller wieder ran weil du brauchst eine linke maustaste und bist ganz schnell irgendwo auf jeden falls mal ein wahl kommt können wir mal unterwasser kicken und dann ist